Abenteuertypen waren das, die Missionare. Sie fuhren in die entlegensten Länder, kämpften sich durch den Urwald, durchschwammen Flüsse mit Krokodilen und brachten die Botschaft von Christus in die entlegensten Ecken der Welt. So ist Mission, dachte man früher. Dann wurde Mission ein Schimpfwort. Missionier mich nicht, ich kann mich selber entscheiden, was ich glaube. Geh mir mit deiner frommen Tour nicht auf die Nerven. Heute ist es wieder anders. Wir entdecken langsam, wie kostbar Mission ist. Mission ist nämlich so zu leben, dass im Anderen seine verschüttete Sehnsucht nach Gott wieder wach werden kann. Aber woraus besteht unsere Mission, die wir jeden Tag normal zur Arbeit fahren, sich um unsere Familie kümmern und uns in der Pfarrgemeinde engagieren? Was macht uns zu missionarischen Menschen? Ich glaube, die Dankbarkeit und die Freude über das, was wir mit Gott erleben. Der Wunsch, das Beglückende, das wir von Gott erfahren haben, nicht als private Sache zu behandeln, sondern an andere weiterzugeben. Jeder Mann und jede Frau ist eine Mission und das ist der Grund, weshalb der Mensch auf Erden ist, hat Papst Franziskus gesagt, als er diesen Monat Oktober zum außerordentlichen Monat der Weltmission ausgerufen hat. Ich finde, in diesen Tagen könnte man gut über zwei Fragen nachdenken. Erstens, wofür bin ich Christus in meinem Leben dankbar? Und zweitens, welche gute Erfahrung, die ich mit Gott gemacht habe, möchte ich gerne mit anderen teilen? Dass wir dankbar werden für Gottes Geschenke, dass diese Dankbarkeit und Freude aus uns heraus zu anderen Menschen überschwappt, darum bete ich im Nachtgebet, heute 22 Uhr auf DOMRADIO.DE. Dein Weihbischof Ansgar. hits und auf